der frieden bot kaum perspektiven für eine spezies die nur für den kampf gezüchtet und angeheuert war brooks chancen die situation für sich und alle anderen erdlinge zu verändern lagen beinahe bei null aber ganz ohne möglichkeiten war er nicht immerhin konnte sich julian maastrae als mitstifter einer neuen religion bezeichnen einer religion die immer mehr an popularität gewann genau genommen hatte brooks wenn man von davis gorski und potter absehen wollte diesen glauben ins leben gerufen er war es gewesen der zusammen mit dem fürsten die mitglieder des klerus ausgewählt hatte brooks bekleudete die stellung des servan des fürsten und war nicht der diener von maastraes söhnen die den neuen glauben zwar für ihre zwecke